Tolle Ansicht hier, bei bestem Sonnenschein, auf Brez. Brez hier jetzt am 9. September 2012. Brinknitzdorf. Brinknitzdorf wollen wir schon mal gucken, weil hier im Flügel ja nicht in Wichtigkeit. Kunstwerk hier wahrscheinlich. Alles Kunst hier. In Brez. Auch die Häuser. Das sind die Kunstvolle Alp. Die scheinen sich alle einig zu bleiben. Das sind die Kunstwerke von der Tür. Das gehört alles an einem hier. Links. So. 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 So.